Charles Bukowski, Maggie Alles beginnt und endet mit dem Briefkasten. Und wenn Sie eines Tages einen Weg finden, wie man ohne Briefkästen auskommt, werden wir eine ganze Menge Probleme los sein. Aber so weit ist es noch nicht. Ich ging also nach einer schlaflosen Nacht auf meine Veranda und sah dieses große, graue, geistlose Ding an, unter dem sich gerade eine Spinne die letzten Zuckungen einer Schmetterlingsseele einverleibte. Ich stehe also da und sage mir, oh, vielleicht der Pörlitzerpreis oder ein Reisestipendium oder mein Exemplar des Turf Digest, Rennsportzeitung. Ich greife also rein und da ist es. Ein einsamer Brief im Briefkasten. Ich kenne die Handschrift. Ich weiß den Absender auswendig. Ich kenne den Ton, das Vibrato, die krakelige Persönlichkeit jedes einzelnen Schriftzugs, jeder einzelnen Seite, das unsinnige Trommeln der Querschläger und Schrapnelle einer überkandidelten, kleinkarierten, weiblichen Seele. Lieber Bongo, heute habe ich die Pflanzen gegossen. Meine Pflanzen sterben. Wie geht's dir? Bald wird's Weihnachten. Meine Freundin Lana hält einen Kurs über Dichtung in der Irrenanstalt. Sie geben auch eine Zeitschrift raus. Vielleicht kannst du was von dir dahin schicken. Jetzt muss ich schließen. Ich bin sicher, sie würden gern was von dir veröffentlichen. Die Kinder kommen gleich von der Schule. Ich habe dein letztes Gedicht gelesen, in der Oktobernummer von Blue Stardust Jackoff. Es war wundervoll. Du bist der größte lebende Dichter unserer Zeit. Die Kinder kommen jetzt gleich von der Schule. Ich muss schließen. Liebe Grüße, deine Maggie. Maggie bombardiert mich mit solchen Briefen. Ich habe sie nie getroffen, aber ich kenne sie von den Fotos, die sie schickt. Und ich muss sagen, sie sieht aus wie eine große, gesunde Fickmaschine. Sie hat mir auch schon Gedichte von sich geschickt. In ihren Gedichten macht sie es sich ein bisschen einfach. Und obwohl sie von Agonie und Tod und Ewigkeit und Ozean spricht, ist das Ganze doch ein einziges großes, gähnendes Loch in der Sofaecke. Nix als wieder mal eine triste Weiberseele, eingelullt von ihrem eigenen Ausverkauf durch die Jahre und Jahrzehnte und längst dazu verurteilt für den Rest ihrer Tage mit dem Staubsauger durch die Gegend zu schussern und sich mit den Flausen ihres Juniors rumzuärgern, der ebenfalls rapide aufs große Nichts zusteuert. Wenn Maggie irgendwo in der Nähe wohnen würde, hätte ich der ganzen Qual längst ein Ende machen können. Ich sehe es richtig vor mir, sie in meiner Bude, hingemäht vom Feueratem meiner lyrischen Augen, gebannt dem müde stolzierenden Panterschritt meiner Beine in den durchlöcherten Hosen folgend, mich im Geiste mit Steven Spender vergleichend und ich würde mich ihr zuwenden und in nicht ganz stilvollem Englisch sagen, Baby, in wenigen Minuten werde ich dir deine gottverdammten Fähnchen vom Leib reißen und dir einen dicken, runzligen Truthahn-Hals zeigen, der dir bis ans kühle Grab hinangedenken wird. Ich hab'n großen Krumm geschweift wie ne Sichel, der schon gar manche ausgeräumt und ihren heißen Saft auf meinen Wanzen verschmierten Teppich hat speien lassen. Doch lass mich erst mal diesen Drink vollends killen. Und dann leerst du ein randvolles Glas Whisky, schleuderst das Glas an die Wand und murmelst, Villon hat gegrillte Titten zum Frühstück gegessen, steckst dir in Ruhe ne Zigarette an und wenn du dich umdrehst, ja, dann ist das Problem verschwunden, nämlich durch den Vordereingang. Wenn's nicht verschwindet, hat es verdient, was dann kommt, und du selber auch. Aber Maggie lebte in nem Staat hoch im Norden und deshalb war die Lösung für mich gestorben. Immerhin beantwortete ich ihre Briefe mehrere Jahre lang, in der Hoffnung, sie würde mir vielleicht doch mal eines Tages nah genug kommen, dass ich sie entweder ficken oder ein für alle Mal vergraulen konnte. Schließlich baute aber meine scheinbar permanente Erektion doch ab. Es kamen weiter Briefe von ihr, aber ich beantwortete sie einfach nicht mehr. Ihre Briefe waren immer unendlich deprimierend und entnervend, aber die Tatsache, dass ich sie nicht mehr beantwortete, entschärfte langsam die Wirkung ihres Giftes. Was für ein genialer Plan. Ein Plan, für den ein simpler Verstand wie meiner Jahre gebraucht hätte. Einfach die Briefe nicht mehr beantworten und du bist frei. Schließlich trat eine Pause ein. Ich hatte das Gefühl, dass es ausgestanden war. Ich fing an, wieder freier zu atmen. Ich fing an, wieder die kleinen Dinge meiner Umgebung zu sehen. Die seltsamen und verrückten Dinge, die mir früher immer aufzufallen pflegten. Romantische, explosive Dinge, die plötzlich ne magische Kraft zu offenbaren schienen. Da, wo zuvor nur ein gehendes Nichts gewesen war. Tötet Erfinder Monterey, 18. November Ein Mann aus Carmel Valley erlitt tödliche Verletzungen, als ein von ihm konstruiertes Gerät zur Entrunzelung von Pflaumen aus bisher ungeklärten Gründen explodierte. Das war die ganze Meldung. Perfekt. Ich lebte wieder. Dann, eines Morgens, ging ich wieder mal in den Briefkasten und zwischen den Gas- und Stromrechnungen, einer Mahnung vom Zahnarzt und einer Karte von meiner Ex, an die ich mich kaum noch erinnerte, lag wieder ein Brief von ihr. Lieber Bongo, das ist jetzt endgültig mein letzter Brief. Gott möge dich strafen. Meinetwegen fahr zur Hölle. Du bist nicht der Einzige, der mich verlassen hat. Euch undankbare Halunken werde ich noch alle überleben. Ich werde euch alle überleben. Maggie Ja, na schön. Ein paar Tage später wieder ein Stoß Briefe. Ich machte den ersten auf. Sehr geehrter Herr Bukowski, Ihr Antrag auf ein Stipendium des National Endowment for the Arts ist vom National Council of the Arts geprüft worden. In Übereinstimmung mit dem Urteil eines unabhängigen Sachverständigenausschusses bedauern wir, ihn mitteilen zu müssen. Ja, ich öffnete den nächsten Brief. Hallo, Buck! Schreibe diese Zeilen zusammengekauert in einer Ecke dieses übel riechenden Hotelzimmers. Das Einzige, was die Stille durchbricht, ist das Klirren von Flaschenhälsen zwischen klappernden Zähnen. Hab ne böse Erkältung und Frostbeulen an den Füßen. 51 Asse umgedreht auf dem Tisch, alles Nieten und das 52. kommt mit der Post. Ich hab geglaubt, ich hätte an alles gedacht, verstehst du? Und jetzt merke ich, was für ein elender, beschissener Teufelskreis das ist. Job auf der Zitronenplantage verloren, weil ich zu lang weggeblieben bin. Vier Tage Hochzeit auf einer Schweinefarm und so wenig gepflückt hab. Fuhr zurück nach San Francisco und hab todsicheren Weihnachtsjob bei der Post um einen Tag verpasst. Hock in dieser Ecke hier im Dunkeln und warte drauf, dass in der Baptistenkirche gegenüber das rote Neonlicht angeht und mir in die Tränen kommen. Busfahrer Kontrolle verloren, Hund auf der Straße überfahren. Wünschte, ich wär dieser Hund gewesen. Von selber bring ich's doch nicht fertig. Sogar das verlangt ne Entscheidung von einem. Kann meine Zigaretten nicht finden. Heute Morgen in der Mission gewesen, konnt's nicht mehr aushalten. Der unaussprechliche Fraß dreht einem den Magen um. Hab mich ein bisschen auf der Market Street umgesehen. All die hübschen Mädchen mit ihren langen Haaren wie Clara San Francisco Winter Sonnenschein. Naja, Ja, was soll's. M Und noch ein Brief. Lieber Bongo, verzeih mir. Es fliegt einfach so an mich ran. Versuch mich ein bisschen gern zu haben. Heute hab ich einen neuen Rasensprenger gekauft. Der andere war schon ganz verröstet. Ich leg ein Gedicht aus Poetry Chicago bei. Ich musste unwillkürlich an mich selber denken, wie ich's gelesen habe. Muss jetzt schließen. Die Kinder kommen gleich heim. Küss mich. Maggie. Das beiliegende Gedicht ist sorgfältig abgetippt, fehlerlos, zweifacher Zeilenabstand. Und die Worte sind alle mit dem gleichen regelmäßigen Anschlag, mit der gleichen liebevollen Sorgfalt auf dem Papier eingraviert. Es ist ein schauderhaftes Gedicht. Es handelt vom Wind und von irgendeiner Tragödie, die aber so lasch vorgetragen wird, dass es wirklich nicht weit her damit sein kann. Reines 18. Jahrhundert, schlechtes 18. Jahrhundert. Ich lasse die Briefe unbeantwortet. Ich erscheine regelmäßig zur Arbeit bei der Müllabfuhr. Da unten wissen sie nicht, wer ich bin. Und es ist mir recht. Sie lassen mich in Frieden. Sie lassen mich treiben. T.S. Elliot und Lawrence von Arabien sind für sie Jacke wie Hose. Manchmal bin ich zwei oder drei Tage hintereinander besoffen, aber ich erscheine pünktlich zur Arbeit. Wenn mich jemand anruft, muss er das Telefon nach einem bestimmten System klingen lassen, sonst hebe ich nicht ab. Das ist kein snobistischer Tick von mir. Ich will nur sicher sein, dass mir der Betreffende auch was zu sagen hat. Aber eines Abends, als ich mich gerade für die Arbeit fertig machte, klingelte das Telefon. Es war nicht das richtige Signal, aber ich war sowieso schon halb aus der Tür und dachte, was soll's, und nahm den Hörer ab. Bongo? Äh, ja? Hör zu, ich will mich nicht aufdringen, nur ich krieg eben Zustände manchmal und heute... Ja, ja, das geht uns allen so. Hauptsache, du hast mich nicht wegen meinen Briefen. Ja, Maggie, das ist so. Hassen tue ich deine Briefe eigentlich nicht. Sie sind nur so... Oh, ich bin ja so froh. Sie ließ mich nicht ausreden. Ich hätte sagen wollen, ihre Briefe seien so nichtssagend, dass sie mir mit ihrem Staubsauger-Gähen den letzten Nerv raubten, aber sie ließ mich ja nicht ausreden. Das freut mich wirklich. Ja, sagte ich. Aber du hast keine Gedichte geschickt für die Zeitschrift von der Heilsanstalt. Ja, ich werde mal nachsehen, ob ich was Passendes finde. Oh, ich bin sicher, dass sie jedes Gedicht von dir nehmen würden. Oder schreibst du keine Gedichte mehr? Ich kann mich noch entsinnen an die Zeit, wo in jeder Nummer von Blue Stardust was von dir drin war. Lilly schreibt, dass du schon seit Jahren nichts mehr geschickt hast. Hast du denn die kleinen Magazine ganz vergessen? Nee, die Motherfucker werde ich nie vergessen. Ach, du bist ein Witzbold. Aber ich meine, schickst du denn deine Arbeiten gar nicht mal raus? Naja, da ist zum Beispiel Evergreen. Du meinst, die haben wirklich was von dir genommen? Ja, ein oder zwei Sachen. Aber Evergreen ist natürlich eine kleine Zeitschrift gewesen. Sind sie jetzt nicht mehr. Meinetwegen sagt Lilly, ich bin desertiert. Oh, Bongo, ich habe gleich gewusst, wie ich zum ersten Mal was von dir gelesen habe, dass du zu was Großem bestimmt bist. Ich habe immer noch mein Exemplar von deinem Christuskriech rückwärts. Oh, Bongo, Bongo. Ich wimmel sie schließlich ab, indem ich ihr klarmache, dass ich jetzt dringend ein bisschen Müll aufsammeln muss. Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank und ich entscheide, dass ich heute den Job schleifen lassen muss. Ich hockte mich in meinen kaputten Lehnstuhl, setzte die Flasche an und alles andere war mir egal. Ich kannte mal eine, die behauptete, sie sei im St. Elizabeth Hospital zu Ezra Pound ins Bett gestiegen. Nach längerer Korrespondenz gelang es mir, auch die abzuwimmeln. Ich bestand drauf, dass ich von Gedichten mehr verstand und außerdem seien die Kantos stinklangweilig. Überall lagen Maggies Briefe rum. Einer lag auf dem Boden neben der Schreibmaschine. Ich stand auf, ging rüber und hob ihn auf. Lieber Bongo, alle meine Gedichte kommen zurück. Naja, wenn die nicht wissen, was ein gutes Gedicht ist, sind sie selber dran schuld. Ich nehme immer wieder deinen ersten Gedichtband zur Hand. Christ creeps backwards und all deine anderen Gedichtbände. Solange ich das habe, können mir die mit ihren schrecklichen Blödheiten gestohlen bleiben. Die Kinder werden gleich heimkommen. Küss mich, Maggie. PS. Mein Mann zieht mich ständig auf. Bongo hat schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Was ist denn los mit Bongo? Ich trank die Flasche aus und warf sie in den Papierkorb. Ich konnte es richtig vor mir sehen. Ihr Mann, wie er dreimal in der Woche über sie stieg und ihr Haar wie ein verfilzter Fächer auf dem Kissen. Und sie stellte sich vor, er sei Bongo. Er stellte sich vor, er sei Bongo. Oh, Bongo, Bongo, sagt sie. Gleich, Mutti, sagt er. Ich hole mir noch ein Bier und gehe ans Fenster. Draußen beginnt wieder ein trüber, steriler, sinnloser Tag in L.A. Ich wundere mich, dass ich noch am Leben bin. Es ist lang her seit jenem Gedichtband. Es ist lang her seit dem Aufstand in Watts. John Brain braucht einen Artikel. Ich könnte was über Maggie schreiben, aber bei der Maggie-Story fehlt noch der Schluss. Ja, er wird morgen im Briefkasten liegen. Wenn das Ganze ein Film wäre, hätte ich den Schluss schon jetzt parat. Also, sieh mal, John, ich kenn da so ne Schreckschraube. Die geht mir auf den Wecker, verstehst du? Du weißt, wie man mit sowas fertig wird, aber vermassel die Sache nicht. Gib ihr nur deinen 35 cm Schwanz und schaff sie mir vom Hals, ja? Du kannst sie nicht verfehlen. Sie steht in diesem Zimmer mit dem Staubsauger in der Hand und Tränen in den Augen. Ein Zimmer voller Gedichtbände und Lyrikhefte. Und sie ist unglücklich. Sie glaubt, dass das Leben sie angeschissen hat, aber sie weiß überhaupt nicht, was Leben ist. Verstehst du? Bringen sie wieder in Ordnung, ja? Gib ihr deine 35er. Alright. Und, äh, John? Ja? Sauft ihr unterwegs keinen an, ja? Ja, ist okay. Ich lass mich wieder in den Lehnstuhl fallen und schlürf mein Bier. Ich sollte mir einen ansaufen, zu ihr hochfliegen und völlig verlaust und zerlumpt und voll wie tausend Mann an ihre Haustür klopfen, die ganze Hemdbrust gepflastert mit Buttons. Feuer Johnson! Stop the war! Exhumier Tom Mix! Irgendwas. Aber es nützt alles nix. Ich kann nur da sitzen und warten. Mit dem Stipendium ist es nix. An Evergreen schicke ich kein Gedicht mehr. Und in meinem Briefkasten werde ich in Zukunft nur noch eins finden. Lieber Bongo! Bla, 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 bla. Ich hab die Pflanzen gegossen. Die Kinder kommen gleich heim. Bla, 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 bla. Küss mich, Maggie. Ob Balzac oder Shakespeare oder Cervantes, je sowas passiert ist, ich möchte es ihnen jedenfalls nicht wünschen. Die schlimmste Erfindung des Menschen ist eine dreiköpfige Hydra. Der Briefkasten, der Briefträger und der Briefschreiber. Auf dem Regal steht eine blaue Kaffeekanne voll unbeantworteter Briefe. Im Wandschrank steht ein großer Pappkarton voll unbeantworteter Briefe. Wann tun all diese Leute eigentlich Saufen, Ficken, Geld verdienen, Schlafen, Baden, Scheißen, Essen und sich die Fußnägel schneiden? Und Maggie führt die ganze Meute an. Küss mich, küss mich, küss mich. Ein 35 Zentimeter Schwanz würde mich vielleicht aus der Fähre ziehen oder noch weiter reinreiten. Jedenfalls mit dem bisschen, was ich hab, hat's schon Trouble genug gegeben.